Und damit meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen hier bei Dark Souls Remastered. Oh yeah, im letzten Part sind wir hier stehen geblieben. Ich weiß, ich habe jetzt ein bisschen weniger Seelen. Ich bin auch schon gestorben, weil ich hier offscreen alleine hier durchmarschiert bin. Naja, ich habe jetzt soweit so gut alle erledigt, bis auf den Dude da hinten, weil der nur eine Kiste bewacht. Und die habe ich schon gelootet. Bei dem bin ich nämlich gestorben, bei dem Kollegen. Da drüben hat es ein Bordenfeuer. Und ich zeige euch jetzt so, wo, wie, was alles da ist. Also diese Tür hier ist noch zu eigentlich. Ah ne, die ist offen, sorry. Die ist zu. Wo ist sie? Die da. Die habe ich aber geöffnet und hier hat es nochmal zwei Lootkisten und führt euch danach direkt zu dem Ort, wo ihr eigentlich hin müsst. Da hinten sieht man ja, wie es runter geht. Da beim Kamin war zuerst nicht auf, aber hier unten hat es keine Gegner, außer zwei Mimics. Glaube ich zumindest noch. Und ein paar Truhen. Und ja, da gibt es Havels Zeug. Das heißt, seine Rüstung. Ich zeige es euch mal. Hier. Wo ist es? Hier. Das habe ich auch bekommen. Silberritterhelm. Ähm. Havels Helm hier. Und das gibt es halt in jeder Art und, also jeder erdenklichen Art und Weise. Und ich habe auch noch ein bisschen Schwerter bekommen und so weiter. Ja. Passt auf jeden Fall. Ähm. Bei dem Dude müsst ihr aufpassen. Ähm. Wenn ihr nicht gut genug seid, sie so zu parieren und dann zurückzuschlagen, dann killt ihr euch instant, weil da hinten hat es ein Item gehabt, was ich aber schon gelootet habe. Und ich konnte ihn zum Glück killen, aber gut. Und hier unten, also hier sieht man dann schon, dass da unten einer steht und so, ne. Und dann geht man aber hier hinten hin. Eine davon ist eine Mimic. Ich glaube, das war die hier, die hier stand. Und da sollte eigentlich jetzt auch noch eine Truhe stehen. Aber warum jetzt nicht? Keine Ahnung. Äh. Da vorne hat es auch noch einen Typ. Der ist aber irrelevant. Und da kommt man eben nicht weiter, ne. Ähm. Hier kommt man eigentlich auch nicht durch, aber hier will ich sowieso noch hin. Ich habe auch kein Erstos mehr. Ja, genau. Weil man von der anderen Seite hier hinkommt, zu dem Dude. Ich zeige euch dann auch noch, wo lang wir müssen. Äh. Äh. Ähm. Dein Ernst gerade. Schießt du mich wirklich gerade ab? Hier müsst ihr aufpassen. Hier um die Ecke als direkt ein Ritter. Ich habe ihn natürlich auch schon gekillt. Ähm. In dem Raum von vorhin habe ich etwa vier killen müssen. Also da geht es zum Boss. Da geht es zum Shortcut. In diesem Sinne. Und zu, ähm. Und zu unserem Kürbiskopf. Hier. Seht ihr. Und hier um die Ecke hat es gleich auch noch so einen Ritter. Wie auch noch zwei weitere. Ihr, ihr solltet am besten zuerst den triggern. Dann nach oben rennen. Und ihn dort, ähm, auf der Fläche killen. Nachdem ihr noch den dritten, äh, Ritter dort oben auch gekillt habt. Oder besser gesagt, ihr solltet zuerst den killen. Ne? So, jetzt sprechen wir mal kurz mit ihm hier. Hm. Oho. Was ist auf deiner Meinung, Freund? Warte. Du hast diese Monster gewaltt? Ja. Fantastisch. Ich bin schade. Diese Nacht von Katharina, hierbei, commensiert dich. Take this as a token of my Gratitude. Oh. Winston-Wesen-Ring. But we warned. Gallantry entails great risks. Next time. Give me a chance to come up with a plan. Hehe. But we warned. Gallantry entails... So, ähm, jetzt gehen wir nochmal kurz hoch. Ach ja, warum ich jetzt so gut laufen kann, ist, weil ich die... Also, den Controller von meiner Freundin genommen hab. Ne? Und, äh, zum Glück hab ich das eine Gemälde da. Ähm, sieht man da rüber? Nein, zum Glück nicht. Oder Pech. Dass man nicht rüber sieht. Weil wir haben ja, ähm, die Brücke hochgelassen sozusagen mit uns drauf. Das heißt, dass wir hier rüber konnten. Ähm, naja. Ähm, wenn wir dort, wo die vielen Dummdödl rumstanden, äh, zum Gemälde zu dem Großen gegangen wären im letzten Part, wären wir in die gemalte Welt von... Äh, ich weiß gar nicht. Ähm, in Dark Souls 3 ist es die gemalte Welt von Ariandel. Und, ähm, ähm... Ja, ich hab's vergessen. Aber, naja, ist egal. Äh, ich fühl mich noch nicht bereit für die gemalte Welt von Ariandel. Äh, aber hier steht übrigens auch noch ein Ritter. Und wir... Gehen wir jetzt runter. Oder die gemalte Welt von Artemis hieß die oder so. Irgendwie sowas. Und dann geht's eben hier runter. Jetzt haben wir links noch so einen Moloch, den wir schon gekillt haben. Den lasst ihr links liegen, weil ich hab bei dem keine Items gesehen oder so. Und da unten bin ich dann hier. Ihr lauft um wessen bis hier hin. Und triggert den Ersten, geht hier hinten hin. Und killt den hier auf der Fläche, ne. Immer backsteppen, wenn's geht. Oder eben parieren und rein mit dem Schwert. In seinen Bauch. Und dann triggert ihr den da unten und killt ihn da auf der unteren Fläche. Und schafft nebenbei den Shortcut. Tja, wo geht's jetzt lang, fragt ihr. Ja, jetzt wird's lustig, Freunde. Zuallererst können wir erstens hier runter, wenn wir wollen. Und da hab ich schon das Tor geöffnet. Das ist der Shortcut. Um hier rauszukommen. Da drüben steht noch ein scheiß Ritter. Der ist mir aber eigentlich piepegal. Na, aber... Muss halt gesagt werden. Hier könntet ihr Items von oben holen. Habe ich auch schon gemacht. Bin auch gestorben. Weil die scheiß Gargoyles da unten oder was das sind, mich gekillt haben. Da auf der Plattform war auch noch was. Da hab ich meine 20k verloren. Ist aber egal. Und jetzt könnt ihr, wenn ihr der S3 kennt, Daxos 3, könnt ihr jetzt hier links rüber und sieht jemanden lebendig. Und zwar ein Schmied. Und dieser Schmied ist kein geringerer als der da. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Ich muss jetzt mal... Ausrüstung reparieren. Zuerst mal Astroverschwert. Und dann... Ausrüstung reparieren. Aha. Rüstung verstärken, dass das geht. Kleine Scherpe, wir haben ja null. Ha, Funkeltitanit. Ich sollte zuerst mal meine Waffen verstärken. Und das kann ich nicht, weil ich brauche zwei Funkeltitaniten. Ja, nee. Ich komme garantiert nicht wieder. Und jetzt rennen wir einfach hier dran vorbei, weil dieses Tor habe ich auch schon auf. Nein. Tja, scheiße, ne, dass jetzt meine Ding wieder gehen. Ähm, meine Beine. Tja, scheiße, wa? Ah, ich kann durchrennen. Endlich wieder. Ja, es ist mir erst jetzt aufgefallen, oder besser gesagt, in den Sinn gekommen, dass meine Freundin ja auch von mir einen Controller bekommen hat, den ich hier bestellt habe. Na? So, und jetzt müssen wir wenigstens nicht mehr ganz zurück. Und ich werde dieses Leuchtfeuer hier unten entfachen, weil jetzt können wir nur durchrennen. Reines Durchgerenne. Und ich hoffe, ich habe jetzt richtig... Ja, super. Das Leuchtfeuer ist genial. Ha. Gut. Dafür, äh, also in der S3 kann man ja da draufklatschen. Dafür müssen wir zuerst noch was machen. Ring der Sonnen... Sonnen-Erstgeborenen. Okay. Das Leuchtfeuer wurde entzündet. Wir setzen jetzt uns hier hin. Weil dann haben wir nichts mehr mit dem Ritter am Hut, ne? Wir müssen nie wieder dorthin. Ähm. Ja, jetzt können wir machen, wie wir wollen. Heißt eigentlich prinzipiell entfachen... Ah, ja, stimmt. Ich bin ja... Ich bin ja... Ne Hülle. Ähm. Zwei benutzen. So. Danach... Hinsetzen. Danach entfachen. Ah, ja, stimmt. Ich muss mich zuerst normal machen. Und dann entfachen. So. Jetzt haben wir zehn Estos. Brauchen wir auch, ähm, weil wegen, ähm... Ornstein und Smough. Ja. Heute geht's an die Backen. An die Schabracken. Deswegen hab ich auch schon vorgearbeitet. Und das noch mit dem alten Controller. Mann, war das nervig. Ich bekam echt die Krise dabei. Und jetzt läuft alles wieder wie geschmeidig, äh. So. Ah, ich... Ich liebe es. Ich liebe es wirklich. So, Annalondor. Ich hab dich bezwungen. Nee. Das seh ich nicht ein. Ähm... Ja, gut. Jetzt bräuchte ich eigentlich keinen Schlangenring, sondern eher sowas, äh, wie... Das da trägte ich auch keine Geräusche oder... Hartstallring. Um mehr aus... äh, zu halten. Nein. So, ihr kleinen... Knirche. Und den... und Small. Oder auch Stein. Wie man zuerst den kaputt, dann Small. Danach können wir wahrscheinlich porten. Wie es uns gefällt. Ja, war klar. Zum Glück hab ich den Ring. Ja, war klar. Ja. So. So, komm her. Ich muss immer ein bisschen gucken, äh. Oh Gott. Nee. So. Ha, ha. Ja, genau. Jetzt komm ich nicht mehr nach vorne, oder wie? Yo, ich bin tot. Ja, gut. Gut, wenn ich jetzt wollte, könnte ich so leer wiederholen, aber... Naja, ihr müsst wissen, ähm... Ich hab ihn ja angefasst, jetzt wollte er mir einen Kragen und ich müsste wieder zu den Gargoyles hoch, um ihn lieb zu machen. Naja, ist aber eigentlich nicht mein Begehr. ist definitiv nicht mein Begehr, ihn wieder nett zu machen. Zumindest gerade nicht. Wenn ich porten kann, kein Problem. Falscher Weg. Da geht's zurück. zurück. Oh my fucking goodness. Und wie soll ich jetzt an den beiden vorbeikommen? Ah, falscher Weg. Das geht zurück zum alten Leuchtfeuer. Wobei, nee, da muss ich ja immer noch auf den anderen Scheiß warten. Ich dachte zuerst, ja, ich könnte ja ganz zurück rennen. Aber nee, nee, nee. Weil so bin ich wenigstens zentral. Ja, klar. Ich muss jetzt mal was trinken, schon jetzt. Mann, ist das scheiße. Kann ich Smough blockieren? Also, nee. Einstein. Smough ist ja der Fette. Ja, klar. kommt her. Ja, klar, nicht so. Ja, und der sitzt halbwegs auf mich, ne? Ei, alter. Hornstein und Smough, ey. ja, ist klar. Ich könnte ähm, Smough R töten, aber nee, danke. Alter. ja, super. Ja, Ich hasse die beiden. Vor allem sie sind zu zweit gegen einen, man. Es geht mir so hart auf den Sender. Klar, ich habe immer meine 10 Estos, ich habe immer, ähm, die Möglichkeit irgendwas zu machen. Ich könnte wie gesagt zurückgehen zu den Gargoyles und blabliblup und, ähm, also dort, wo die Gargoyles besiegt wurden von mir, danach zu dem Händler da und mich freikaufen sozusagen, aber nein, nein, finde ich jetzt scheiße sowas. Entweder hilft er mir gerade automatisch oder nicht. Eigentlich hätte ich es ja geil gefunden, wenn der Zwiebelritter mir geholfen hätte, aber nein, der muss ja nichts machen, der gute Dude. Oh. Ja, nochmal hoch. Bis ich das jetzt in mich, ja, wie soll ich sagen, integriert habe, was ich da zu tun habe immer, geht es halt eine Weile. so. Meine Fresse. Da habe ich schon den besten Shortcut, den es je gegeben hat und geben wird, weil, ja, sonst müsste ich, wie gesagt, immer die Ritter killen und müsste, ja, mich bis da vorne hocharbeiten, aber nein. Also, wenn ich zum Schmied wollte, kann ich zwar links rum, ja, und, ja gut. Wenn ich nicht zum Schmied will, also, oder wenn ich zum Schmied will, kann ich immer noch da hoch. Aber dennoch pisst mich halt an. Ich glaube, dort könnte man in der Ecke ihn rufen, aber gut. Vielleicht mache ich das sogar, wenn es mir zu viel wird. Ja, klar. Er trifft mich, während ich mich bewege und er zählt meine 15k weg. Pff, was soll ich tun? Der tötet mich noch, bevor ich überhaupt dort bin. Das einzige, was ich machen könnte, wäre aufleveln. Und zwar so lange, bis er mich gar nicht mehr kriegt. Und ich kann keine schwere Rüstung tragen, weil, ähm, ich würde sofort sterben. Weil ich nicht mehr ausweichen kann. Das einzige, was ich vielleicht machen könnte, wäre, wie gesagt, mit dem Schild. Vielleicht. Aber ich denke, eher weniger. Und es ist so traurig, dass ich den jetzt nicht, äh, irgendwie, ähm, besiegen kann. Also die beiden. Ja, klar, sollen sie schwer sein, aber das ist einfach too much. Einen schnellen und ein Fetti. Und wenn man den Fetten zuerst tötet, äh, bekommt der eine von beiden, der noch am Leben ist, bekommt einfach mal Fett, äh, die Kräfte des Anderen. Na? Und wenn ihr, ähm, Ornstein jetzt schon für ein, ja, für ein Motherfucker haltet, dann wollt ihr ihn dann nicht erleben. Manche finden ihn ja ultra einfach so, aber ich gar nicht. Und das Problem ist ja sowieso noch, dass die sowieso schon viel zu OP sind und viel zu groß sind. Dagegen sind die, äh, Steinriesen hier ein Witz. Muss ich einfach ganz ehrlich sagen. Ausgetrickst. So. Ja, klar. Ja. Am besten noch in mich. Oh Gott, das war nur die Druckwelle, ne? Ich hasse Small. Ich hasse ihn. Ja, und ich hasse ihn noch mehr. Wegen seiner Schnelligkeit. So, da drüben kommen sie nicht hin. Nein. Komm. Dein Ernst gerade? Ja gut, zum Glück. Ja, nee. Ich, ich, ich sehe keine Sonne, Freunde. Ich sehe gegen die beiden keine Sonne. Entweder bin ich noch viel zu schwach für dieses Gebiet, was ich aber irgendwie gar nicht glauben kann, weil es gibt keine anderen Bosse gerade mehr. zumindest nicht, dass ich wüsste. Doch, im, ähm, ja gut, aber ist nicht viel besser. In den Katakomben, ne? Ja, ich glaube, es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich von der Schuld reinzuwaschen und mich, ähm, mit, ähm, dem guten alten Soler gegen den aufzurichten, ne? Weil zurück bin ich schnell wieder. Ich kann es euch eigentlich theoretisch mal zeigen, wie ich das gedenkt zu machen. Wenn ich irgendwie eine Chance sehen würde, würde ich es sogar Singleplayer-mäßig machen, ohne Spaß. Ich frage mich, wie das die ganzen Hardcore-Darksouler gemacht haben, die das erste Mal Dark Souls, wie gesagt, so gespielt haben. Weil, es kann ja nicht sein, dass man einfach gewonshottet wird oder getwonshottet und, ja, man kaum ne Sonne sieht. man auch man ja, aber zum Glück kann ich jetzt rennen durch die ganze Schose und nein, wir sitzen jetzt nicht an dieses Bandfeuer, nein, 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 wir rennen komplett durch, lassen uns wieder abholen, in Sensfestung, nehmen den Lift, wir können eigentlich schon mal so hinrennen, weil wir haben da noch ein Date mit jemandem, mit Pfeil und Bogen, genau so ein Ding, genau so ein Ding, greift uns ja immer mit Lanze und so an, aber wie nennt man die? So, vielen Dank, ich darf mich jetzt nur nirgends hinhocken, nirgends, weil sonst sehe ich ein Problem und das nicht zu knapp, ne? Also gut, ein großes Problem wird's ja nicht sein, aber ich darf hier wieder durch die ganze Festung und keine Ahnung, weil ich hab hier Heimarknochen und, ja, die sollten eigentlich reichen, ne? Einer einzige. Hallo? Oh, stimmt. Nein! Aua! Zum Glück waren das nur 500. Oh, mein fucking goodness, bin ich dumm! Ich hab mich von der Scheiße mitnehmen lassen, ey. Ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass das funktioniert und jetzt seht ihr, was ich meinte. Wenn wir, egal ob wir sterben oder uns mit dem Heimarknochen zurückporten, sind wir sofort wieder da und haben eigentlich, ja, den ganzen Zurückweg gespart und genau das möchte ich eigentlich jetzt machen. Sofern ich das darf, vom Spiel aus. Ich hab schon 15k verloren. Normal 15k oder so, ähm, übersteh ich gerade nicht. Echt mal. Also insgesamt 35.000 hab ich hier schon liegen lassen, ne? So. Das unterscheidet mich halt vom Anfänger von den Profis. Ich hab keine Ahnung, wie ich Smough besiegen soll. Geschweige denn, solange Ornstein auch irgendwo rumgammelt. Wenn ich sie aufteilen kann, sollte es einfacher werden. Und entfachen muss ich jetzt auch nicht mehr. Entfachen also entfacht ist schon. ... ... ... ... Ich krieg die Krise, das wisst ihr hoffentlich. Und eine Sache muss ich euch sagen. Ich glaube, hier in Anor Londo hab ich die meisten Mimics gekillt. Weil es waren überall Mimics, Freunde. Überall. Also haut am besten auf jede Kiste erstmal rauf. Bevor ihr irgendwas irgendwie rausnehmen wollt. Weil, ja. Ihr seid sonst tierisch am Arsch. Geh weg. So, die 500 hab ich wieder. Da kann ich jetzt wieder auf den normalen Schild umwechseln. Da sind meine Seelen. Auch wenn es nicht viele sind. Aber sie summieren sich halt. Ja, super. Nein! Muss mir das passieren? Mal so eine Frage. Und warum killst du mich jetzt und damals oder vorhin, als ich runtergeflogen bin? Nicht. Irgendwelche... Nein, Höhen, die ich nicht kenne oder so. Oh Mann. Und alle guten Dinge sind drei, oder wie? Tut mir leid. Ohne Spaß. Deswegen, ähm... Mache ich sowas eigentlich auch offscreen, weil... Ihr wollt nicht wissen, wie oft ich krepiert bin. Offscreen in dieser scheiß Anorlander-Festung. Gegen diesen... Also diese Kackritter, ey. Ich bin ja gut, aber nicht... Perfekt, ey. Oh ne, jetzt bin ich richtig rumgerannt. Ich doof trottel, ey. Ah. Und ich warne euch, wenn ich dort ankomme und ich zu wenig Seelen habe, kotze ich im Strahl. So. Jetzt nochmal alles mit aller Ruhe. Also ja, hier darf ich noch... rennen, wie ich mag und so. Hey, da stelle ich mich ja bei den Rittern noch besser an. Es pisst mich einfach an, äh... Dass ich wirklich Hilfe brauche. Ja, wie gesagt, ich könnte mich die ganze Zeit, ähm... upgraden. Also, besser gesagt, farm, farm, farm. Bis ich vielleicht Level 70, 80 bin. Und dann, äh... Hau den Lukas mit denen machen. Aber, ne. Ist nicht gerade mein Begehr. Vielleicht gibt's auch ein besseres Schwert gegen die, aber... Ich hab gerade, glaub ich, kein besseres. Der Riese mit den Kugeln ist wieder da. Ja. Wieso der jetzt wieder da ist, keine Ahnung. So. So. Hm. Gut. Erste Schwierigkeit erledigt. Ah, renn mir doch noch mehr hinterher, mein Freund. Das ist André, glaub ich, ne? Let's do this, Freunde. Das glaub ich jetzt nicht. Aber die machen dafür gar kein Damage mehr. Was, zwei Schläge für die kleinen Knirpse nur noch? Okay. Ich brauch vielleicht noch ein paar Seelen, deswegen, ähm... Oh. Ein Hit. Oh. Sorry. Ähm... War nicht böse gemeint, aber... Ihr habt keine Sonne gegen mich mittlerweile. Ja, ja, ja. So, mein kleiner Butzelmann. Komm mal, ja. Komm mal, ja. Wie wenig die auch geben, äh. Wie wenig die auch geben, äh. Damals war das noch richtig viel, als ich hier war. So. Wow, wir sind da. Und jetzt machen wir dann gleich noch ein... Ernst den Smokerun. Mal schauen, ob es irgendwas ändert. Ja, ja. Wie viel? Wie viel? Ich glaube, ich sehe mich zum ersten Mal gezwungen, eine Bossseele zu verkaufen. Oder besser gesagt, einzusetzen. Oh, der Eisengolem. Der war eigentlich... Ja, es waren beide einfach. Hm. Dann setzen wir mal das ein. Und dann noch die beiden da. Ja, ich muss. Sonst komme ich nicht weiter. Da fahre ich sie mir lieber... Dein Ernst gerade. War klar, und jetzt kann ich mir... Aber nicht, dass man das einfach so macht. Du hast nicht gesündigt. Gut. So, dann... Dann... ...habe ich jetzt einen Spaß wieder gemacht. Das heißt, let's do this. Zurück nach... ...Ano Alondor. Ähm... Dann mache ich mich hier wieder mal menschlich. Dann mache ich mich hier mal... Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob der jetzt da rumgeiert. Wenn nicht... Ähm... Naja... Kotze ich im Strahl. Genau. Und wenn mich jetzt irgendeiner auch nur ankackt von der Seite... Gehe ich wieder zurück. Ohne Spaß. Bei 15.000 möchte ich nicht gleich wieder... Losen. Was waren denn das für... Lichteffekte... Habt ihr es gesehen beim Tor? Sonst spurt es kurz zurück. Ja, genau. Übertreiben kann man, ne? Ich fühle, wie viel... Wie sich vieles erhebt. Alter... Wo ist... Wo ist... Wo ist der Gute so leer? Weil ich ihn unten nicht gerufen habe... Bei... Ähm... Der... Dem Klaffgedöns... Euer Ernst gerade? Ähm... Ich krieg zu viel... Ich krieg zu viel... Ich krieg zu viel... Wir können ihn nicht rufen... Und alleine kill ich den nie... Aber nicht... Nee, aber nee... Kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Ich würde ganz gerne jemanden beschwören. So. Da oben. Ich weiß nicht, wer da oben irgendwas hingeknallt hat, aber... Nein! Ich habe ihn gefunden, so leer. Ja, war klar. Ich bin gewählt, schon wieder zurückzugehen. Ich mache das jetzt folgendermaßen. So, genau. Lass mich abknallen kurz. Hier. Ich werde einfach abgeknallt. Sag jetzt nicht, du kommst so runter. Nein. Ja, ich habe ihn gerufen. Ja. Ja. Ja, super. Ritter Solaire. Du bist nicht ganz so leer. Komm her. Ja. 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 Genau. Den spinns doch. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Gut So denke ich wenigstens Palt So es reicht langsam Wenn Soler stirbt bin ich weg Ja der stirbt weil der hat sicher kein erstes mehr der gute Ja nee Kollege Du hast Smoto erst gekillt Jetzt haben wir noch ein Problem Ja er wird uns zerlegen Er wird uns sowas von zerlegen So leer Du hast keine Ahnung was du jetzt angerechnet hast Jetzt ist er noch größer Ja super Nö Sehe ich nicht ein Ich meine ich hab Menschlichkeit Und ne Mach ich nicht Tue ich nicht Bin ich nicht Ne Das einzige was ich jetzt noch machen werde ist Zuerst auf der anderen Seite ihn Also den Ritter killen Weil dann kann ich nur runter rennen So leer rufen und dann weg Direkt zum Boss Dann werde auch so leer direkt nachkommen Und jetzt müssen wir es einfach so hin Und dann bin ich Und dann bin ich Ja der gute alte Ohnstein stirbt Weil ja Ja Sonst wird es zu heftig Vor allem der hat wieder volles Leben gehabt Habt ihr das gesehen? Also, ich glaube an die, die das schon kennen, es ist nichts Neues, aber für jemanden, der wie ich das noch nie gespielt hat so, war das ein bisschen too much. Ich möchte doch nur das Herrschergefäß. Ich bin gespannt, wie ihr da durchkommen wollt, weil ich gehe jetzt auf der anderen Seite wieder runter. Das mache ich auch nur, um zu leer zu rufen, der wirklich eine große Hilfe ist, muss ich schon sagen. So, komm. So, einmal, zweimal, weg, nicht? Dann jetzt. Sorry. Ich glaube, jetzt könnte ich mich sogar nochmal upgraden. Ja, super. Ich wollte ja schon nochmal eine Estus verbrauchen, aber nicht auf diese Art und Weise. So, kommst du so leer? Ich brauche dich mal. Au. So leer. Jetzt nicht. Ja, danke. Das hat sicher ordentlich weh, ne? Ähm, nö. Alter. Ne, so haben wir nicht gewettet. Nichts. Nichts. Das ist nicht, ich glaube nicht. Nichts. Nein. Und. Nein. initiate desklarations. Nein. 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 Das war's für heute. Hä? Ich hab beide gekillt. Ich hab aber beide gekillt. Wir haben beide praktisch zur selben Zeit gekillt. Mach keine Scheiße. Solaire, du bist fast tot. Ja, super. Solaire wurde besiegt. Aber immerhin... Smough ist eher besiegbar als... Der andere Dude. Zum Glück hab ich da ein Schild vorgehalten. Äh... Nein. Komm her. Komm her. Nö. Dadurch kommst du nicht. Oh Gott, dem Himmel. Wenn er das zwei-, dreimal macht, bin ich tot. Ja, super. Ja, super. Und so auch. Ja, super. 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 Ja. Gut, ich bin zurückgewichen. Ja, super. Oh Gott. Oh Mann. Nein. Komm schon. Nur noch ich und du. Small. So ist es richtig. Und jetzt nehme ich noch den letzten, damit ich safe gehen kann. Ja, klar. Komm, Schlag zu. Ja, jetzt habe ich nur noch einen Schlag vor mir. Und ich werde mich jetzt noch heilen. Und werde ihn besiegen. Den Wichsknödel. Henkers Moor. Menschlichkeit. Tja, tut mir leid, Solerat. Du wurdest leider getötet. Boah, im Himmel. Was zum Geier. No. 67.000. Ich glaube, das reicht. Für ein paar Level-Ups. Wehe. Ah. Nice. Aufsteigen. Jo. Das sehe ich. Richtig. Reparieren. Ja, das kann man so stehen lassen. Ja, wir haben Smoke besiegt. Zwar mit so Leer, aber immerhin. Passt auf jeden Fall, ey. Haha, alles ist ein Trümmer, ey. Nach dem Kampf, ey. Und ich zittere auch leicht nach dem Scheißkampf, ey. Das waren die gefürchtesten Bosse. In ganz Dark Souls. Oha, die Glocken. Oh Gott, ist die heiß. Darf man die heiraten? Oh, gewollte Unmatt. Ich bin Gwynethyr. Daugier von Lord Gwyn. Und Queen der Sonne. Seit dem Tag der Vater eröffnet wurde, habe ich dich erwartet. Ich begrüße das Lord-Wessel zu dir. Kannst du dich via Leuchtfeuer teleportieren? Ja, Mann, Herrschergefäß. Mei, doch. Geile Frau. Ohne Spaß. Die haben ja ihr höllische Glocken verpasst. Und ich kann endlich schnell reisen. Äh, teleportieren. Die Tiefen. Gemeinde der Untoten. Tochter des Chaos. Finstermund Grab. Anor Londos. Sonnenlichtaltar. Wo ist der Sonnenlichtaltar? Darf ich mal? Oh, ich feiere das so hart gerade. Nie wieder. Nie wieder. No? Ah, Bezirk der Untoten. Ha. Das ist hier. Okay. Feierbahnschrein. Wie komme ich denn jetzt wieder dahin? Na, Mann, ist so eine Frage. Ich dachte eigentlich, Lord Rick sei hier noch. Well, fancy meeting you here. You did much for me up above. I am grateful. You know, I was thinking the gate, the old fortress. Was that your doing? Yes, I knew it. It seemed like an unlikely coincidence. Well, I am fortunate. This night of Catalina, thank you sincerely. Please, take this as a token of my gratitude. Oh, eine explosive wocht. Ähm. Ja, gut. Das ist jetzt unschön. Weil ich mich nicht mehr porten kann. Das einzige, was ich jetzt noch machen werde, ist euch zeigen, wie man hier auch noch wegkommt. Wir waren ja schon mal hier oben. Aber wir haben nicht lange genug hier mal nix gemacht. So, jetzt muss ich noch schnell kurz gucken. So, Lord Rick. Da seht ihr. Wir werden weggetragen. So. Nice Waren wir hier mal kurz Feierabend mit denen Jo ist klar Man kann sie auch übertreiben Vielleicht kennt ihr es gleich Ich glaube der Boden Könnte runterfallen Ja ja Ich mach's mal so Da waren wir ne Schon mal Ist doch genial Und hier unten haben wir nochmal Einen Bosskampf Oh Damit hab ich jetzt nicht gerechnet Na toll Okay Okay Very nice No Wir werden instant In die Tonne getreten Kommen wir jetzt einfach Am Feuerband schreien wieder Oder Ja ist klar Am letzten wo wir Automatisch waren Steindrache Die Tiefen Tochter des Chaos Gemeinde der Untoten Ist klar Jetzt darf ich dort noch Meine Seelen abholen Oder wie Okay Zum Glück geht das zweite Mal Nicht mehr so lange Und dann war's das aber auch schon Von der heutigen Folge War auf jeden Fall Ne spannende Schose hier Muss ich sagen Komm hoch Dankeschön So Nur das erste Mal geht's irgendwie fast 30 Sekunden So Und dann Sind wir wieder da Ja klar Und ich Bekommen natürlich wieder Fallschaden War klar War noch mehr klar Gut Meine Seelen durfte ich zurückholen Aber nicht mehr Hm Ich weiß jetzt wo der steht Ich hab ne Idee Ich hab ne fette Idee Wenn das funktioniert Dann bin ich einfach der Boss Feuerband schreien Ich kann mich Obwohl Keine Feuerhüterin mehr da ist Hierhin teleportieren Aber Ich kann mich nicht weg teleportieren Was ist hier fail Richtig Dass man das überhaupt machen kann Was sagt der Typ eigentlich Ja Aha Nein Ich bin noch nicht ready Wie der mich jetzt einfach hier wegporten kann Wenn ich noch meine Seelen hier habe Na 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 Dumm bin ich ja nicht Aber wisst ihr was Ich geh jetzt Direkt Schon an's andere Leuchtfeier Ähm Was wir schon gesehen haben Weil Ich hab definitiv Keinen Bedarf mehr Dort Zu sein Also immer wieder Äh Da hin Fliegen zu müssen Und die Knirche hier zu besiegen Gebt mir wieder Die schwarzen Ritter Die Die leichten Gegner Sind ja hier Ultra gefährlich Oder auch Der verrückte Dämon Da Ja wobei Wie gesagt Ich geh schnell mal kurz Hier hin Weil wenn ich sterbe Komme ich hier direkt Wieder an Und ja Bin quietsch wie Diel Hallo Oh Outside Oh 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 babe Ja, das Hinterteil ist am sichersten. Ja, klar. Aber vorne gar nicht. Ja, klar. Oh Gott, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, wenn der so einen Scheiß macht. Oh Gott, äh, nein. Ja, gut. So kann ich es jetzt noch korrigieren, aber... So... Ja, klar. Ja, klar. Tschüss, Leben, tschüss, ähm... Die schönen Seelen. Ja, gut. Die Seelen kann ich mir gleich holen, aber... Meine Fresse, ist das ein Scheiß-Boss, äh... Wollt ihr mir noch weniger Platz verleihen? So... Ja, war klar. Ich muss mich gleich sowieso noch heilen, von daher passt das. Und jetzt direkt Seelen aufsammeln und hinter seinen Arsch. Was ist das? Ich muss mich... Ich muss mich... Das ist das, was ich... Ich muss mich... Ich muss mich... Ich muss mich... ja gut da konnte ich jetzt nicht viel machen weil entweder wäre ich da vorne geblieben hätte eine schockwelle kassiert oder wir werden hinten geblieben also und oder wir hätten sein geschafft und hätten uns zeigen können einer von den beiden varianten hatten wir gehabt aber gut es hat er nicht sollen sein so hatte ich so ein flugzeug halt die backen so jetzt läuft der hase momentan so Ja. Ich trinke einfach vorsichtshalber nach. Nein. So. Ja, war klar. Ja, ja. Jetzt wird er wütend, ne? Und ich glaube, das ist der einzige Boss, wo man den Schwanz nicht abschneiden kann, sofern eben ein Boss den Schwanz hat. So. Der Boss wäre auch weg für heute. Graue Schole. Okay. Menschlichkeit. Yeah. Da nochmal 20.000. Hört sich fast so an wie in den Katakomben, ne? Hm. Ne, oder? Wo sind wir hier? Ich muss nur mich mal orientieren, wo wir hier sind. Aha. Weil gegen den schwarzen Ritter lege ich mich nicht unvorbereitet an. Na. Aber das wird es dann auch gewesen sein. Hallo. Hallo. Schwarzer Ritter Großschwert. Oh ja, der beste Drop, den man haben kann. Merkwürdige Puppe. Okay. Let's try it. Oh, ich bin so froh, haben wir den. So, und jetzt hoffe ich, ich kann mich von jedem leichtfeuer porten, weil hierhin werde ich die nächste Zeit nicht mehr kommen. Ich wollte einfach den Boss legen. Ja, klar. So. Ich weiß, hier hat es noch einen schwarzen Ritter mehr, aber für mich reicht der, den wir gerade besiegt haben. Und im nächsten Part kommt nochmal Kammer der Prinzessin. Wo ist denn die? Im nächsten Part kommt auf jeden Fall noch ein Boss dran. Ach so, Anorondor hier. Kammer der Prinzessin. Ja, hier werden wir mal pausieren. Mal schauen, wie es weitergeht. Denn wir haben ja immer noch äh, Lothric zu besiegen. Den guten Dude. Keine Ahnung, wo der ist. Tja mal schauen, Tudeloo. Tja mal schauen, Tudeloo.